Großartig! Du bist zurück! Lass uns beginnen! Das ist eine Aufgabe für vier Ponys. Twilight Sparkle! Die Jagd geht los! Everfree ist ziemlich gruselig. Bleibt alle zusammen. Ein gestohlenes Fensterstück wurde gesichtet. Du kannst nicht entkommen. Also versuch es erst gar nicht. Fast geschafft! Aufgepasst! Applejack hat einen kräftigen Tritt drauf. Je schneller du du bist, gute Arbeit. Ja! Ein... Oh nein! Wenn etwas kaputt ist, kann Rarity es wieder reparieren. Großartig! Du holst auf! Aufgepasst! Mehr als nur ein Pony kann dir... Twilight Sparkle kann Dinge mit ihrer Magie bewegen. Bewege den Gegenstand mit deinem Finger an die richtige Stelle. Nicht schlecht! Fast geschafft! Was jetzt? Es gibt keine Zeit zu verlieren. Aufgepasst! Ein Wechselpony! Ja! Du holst auf! Aufgepasst! Mehr als nur... Lass uns das aus dem Weg schaffen! Du hast es geschafft! Fast geschafft! Oh nein! Kannst du diesem Vogel zurück ins Nest helfen? Nicht schlecht! Du holst auf! Aufgepasst! Es gibt keine Zeit zu verlieren. Zerstört diesen verkrusteten alten Kokon. Gut gemacht! Ja! Ein... Zu schnell für dich! Juhu! Ihr habt das Wechselpony gefangen!